Hallöchen. Willkommen bei einer neuen Folge. Let's play mit Matt. Eine besondere Folge, weil das Decorations-Update ist raus. Es ist zwar schade, dass das das offiziell letzte Update war, aber kommt schon Leute. Dekoration, Rüstungsständer, Pfeilständer. Der Rest ist alt. Was ist hier neu? Keine Ahnung. Die Pilze. Habe ich nicht gegessen, die habe ich nur gefunden. Ja, das Übliche, dass mir alles doppelt und dreifach angezeigt wird. Ja, Werkbank. Zum Häuschen komme ich gleich. So, das heißt, sonst ist hier nichts neu. Ich muss doch so ein paar Sachen machen. Aber Werkbank ist cool. Und sehr breit. Ich könnte die zwei jetzt hier irgendwo reinbasteln, aber es ist mir zu eng. Ne. Also, folgendes. Ich habe etwa ungefähr drei Stunden hier reingesteckt. Das Haus ist, also das Haupthaus ist soweit fertig. Ich möchte auch gar nicht so viel größer bauen. Jetzt muss man nur herausfinden. Hier nicht. Hier auch nicht. Werkbank. Okay, die Bank zum Sitzen sehe ich. Ach, dann geh halt ins Bett, Junge. Ist doch erst neun Uhr abends gewesen. Na jedenfalls, ich habe ungefähr drei Stunden in das Haus gesteckt. Das ist jetzt, äh, dreimal drei. Ungefähr dreimal drei groß, ja. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Das könnte ich eigentlich auch schnell ablegen. Äh! Nicht so. Eine brauchen wir nämlich. Äh, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Gut. Also, ganz fertig bin ich noch nicht, weil ich mir gedacht habe, so eine Art Garage. Die ist halt noch nicht fertig. Da hatte ich dann... ...keine Zeit mehr. Und ansonsten muss die Garage vielleicht auch etwas erweitern. Das werden wir gleich bald vielleicht sehen. Schauen wir mal. Miau. Was macht denn da Miau neben mir? Eine Mietzekatze. Die müssen mal gucken. Wie das ganze neue Zeug funktioniert, bleibt jetzt herauszufinden. Ich würde mal tippen, dass wir diverse Pflanzen brauchen. Pilze. Und dieses, äh... Psycho... 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 ...Psycotheria? Oder wie das Zeug heißen mag. Diese Halluzination auslösende Pflanze. Die in der Hauptstory vor allem viel Bedeutung hat. Die aktuell gerade nicht hier wachsen tut. Ich dachte, ich hab dich voll rauslassen wollen. Hm? Wir machen sch memangune aber aufs nh 봐요, dann darf ich dich tieferiarem... ... L΄HL merken. Ich glaube, wir mal hier vor allem einen vị índ haben, hier gibt es keinen Schafe. Und da hat das noch nicht loches45mal aufentwickelt. ... ... Fahrbahnhof. Schafe... ... ss ... ... Oh shit, seriously? Es hat den Fokus verloren. Okay. Ähm, schön. Okay, brauchen wir einen neuen Bogen. Ich habe leider noch keinen Stammesbogen gefunden. Die Frage ist, habe ich ein Seil? Nein, haben wir nicht. So. Mal kurz die Werte aufgepeppt. Also die blauen Pilze brauchen wir wahrscheinlich für die weiße Farbe. Es hat auch die Frage, ob gerade... Oh, blaue Farbe. Perfekt. Paranus. Das Zeug da. Ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Herstellen. Herstellen mit. Mit was könnte man blauer Farbe machen? Mit welchem Utensil? Ist der Typ verblutet? Wäre nicht schlecht, weil der hat doch Pfeile von mir. Zumindest einen. Das sieht aus. Das sieht echt verkehrt aus. Ja, ich sammle Honig. Der schadet mich. Rote Pilze für rote Farbe, würde ich tippen. Ähm, die Blaupause für weiße Farbe ist zumindest... Achso, das war jetzt Ding. Sekunde. Ja, Technik. Was brauchen wir denn für Werte? Was brauchen wir denn für Werte? Weil die... Weil die... So geht's. Diese Höhle hatten wir noch nicht abgesucht. Die hab ich mir so ein bisschen aufgehoben. mehr oder weniger... mehr oder weniger... mehr oder weniger... Stein. Das mit dem Stein? Zum Zermalen? Nein, auch nicht. Tolle Höhle übrigens, ne? Ah, der Eingang war woanders, meine ich. Hier nehm' ich. Ich hab' keine dabei. Kokos-Schale? Hier kann es Eisenerz geben. Wovon wir noch... Das ist die gelbe Farbe, das war zu erwarten. Oh! Hier wachsen die auch. Oh. Hier kann es Spinnen geben. Echsen. Mühlen. Sehr lebhafte Höhle. Warum hab' ich das da eigentlich dabei? Okay. By the way, mir ist aufgefallen... ...dass ich die Angel verlegt hab'. Ihr habt gesehen, dass ich sie auf den Boden geschmissen habe. Oh, da war sie dann irgendwie nicht mehr. Ist kein Drama, ist... ...nur irgendwo merkwürdig. ...dass mich hier nicht mehr zu erinner sein, aber... ...dass ich die Zähne im Lちらchen... ...dass ich dich nicht mehr zu erinnern. Äh. Oh, geht doch. Hier haben wir Eisen. Aber nur ein, kein Seil. Oh. Ne, mit denen möchte ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Wir sind auf der Suche nach anderen Sachen. Das zum Beispiel. Rote Farbe. Wo ist Wohler, Ingo? Warum habe ich die Wappen? Komm. Wie ist das? Blaupause passt. Der hat jetzt aber nicht mit mir geredet, oder? Ich mach's ungern. Und das hilft auch nicht. Herstellen? Ach so. Aber das ging ja schon immer. Wir hatten Glück. Wir haben... ...uns keine Parasiten geholt. Weißer Farbe. Die Blaupause für die weiße Farbe war ja von Anfang an da. Auch wenn ich gerade nicht weiß... ...mit welchem Gegenstand das gehen soll. Wir müssen uns erst mal waschen. Und das Inventar leeren. So. Okay. Gewaschen. Schweinchen. Was trinken könnte man eigentlich auch noch? Und zwar... Vorratskiste. Gut. Das brutzelt vor sich hin. Das können wir essen. Die müssen wir kochen. So. Gut. Brauch ich die Werkbank? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Eigentlich würde es sich sogar lohnen, ein Feuer zu machen. Ob das Wiki schon soweit geupdatet wurde? Das kocht jetzt. Das kocht jetzt. Die Spinne muss verbrennen. Ein Gegenstand dazu. Aber welcher? Wasser vielleicht? Tonschale? Keine Fehler. Ja. Ja. Was könnte man benutzen? Irgendwas zum Stampfen hätte ich sonst gesagt. Aber... Fünf Filtration. Ja. Fünf Filtration. Okay. Warum so wenig? Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Okay. Die Wurzel, das habe ich hier noch... Das habe ich bisher immer nur im Lagerfeuer gemacht. Aber das ist ja cool. Fisch gekocht. Passt. 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 Was ist da drin? Das ist nicht gesund, was da drin ist. Farbe? Vielleicht eine Schale, oder? Die habe ich hier oben. Wobei ich gerade keine rote Farbe brauche. Nee, auch nicht. Was brauche ich denn, um Farbe zu machen? Ich werde nachsehen. Sonst sitzen wir hier noch ewig. Ich werde nachsehen. Sonst sitzen wir hier noch ewig. Leute. Und da! Schlau schne." Schlau schne." Okay. Spannend. Dann öftertsand, Sayur, Im Copern. Ich hab gut говорю. Schlauize nach negotiated. Das Wollen leverage ich versuch. Wow, noch ein bisschen. Ah, geht das schon mal nicht? Mit so einem Bugs. Was gibt es denn alles für Bugs? Maden? Es gibt Maden, es gibt... Also, die Insektenlarven. Jetzt machen wir uns erstmal was anderes. Vielleicht hilft uns das hier schon mal weiter. Und für die Möbel brauchen wir scheinbar offensichtlich... Ja, die Fackel... Haben wir die schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nein? Ich meine, wir können mal eine Fackel machen. Vielleicht... Okay, da unten liegt es so ungünstig. Okay... With some Bugs... Aber doch nicht... Nee. Oh! Some... Let's... Let's... Weiber? Stock? Seil? Nee, Blätter können nicht gemeint sein, das Säck. Ach! Was machst du denn? Aber was anderes geht ja nicht. Ähm... Das mit dem... Wie macht man Pinsel? Damit nicht. Woher muss es ein kleiner Stück sein? Oder muss es ein kleiner Stück sein? Mh... Hä? Was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Mit dem kleinen Stock? Hä? Da fallen Stücke vom Himmel. Ich bin verwirrt. Ich bin... Ich bin verwirrt. Ähm... Was will das Spiel von mir? Damit das auch funktioniert. Geweht zurias Ich baue jetzt erstmal meinen, äh... Arbeitsplatz fertig. Da ist äh... Die... Pseudogarage... Die ist nicht... in... Mit Wänden verkleiden werde. Die bleibt offen. Ähm... Oh, ich könnte auch ein bisschen Fett gebrauchen. Okay, der gibt kein... Was mache ich denn mit? Ach komm, dann ist... Eine aufheben. Herstellen. Mit denen mache ich die weiße Farbe, würde ich mal tippen. Aber wie? Brauche ich... Seile braucht man noch. Oh, ich bin so verwirrt. Ich muss noch mal nachlesen. Es hilft sich nichts. Ich habe keinen Plan. Also, wie war das? Kleiner Stock, Seil, Federn, zwei Federn. Die Nuss ist es nicht. Was? Was willst du von mir? Was soll das werden? Was soll ich denn hin? Oder willst du zwei Seile? Nein, auch nicht. Ich bin überfragt. Ich bin so überfragt. Bist du fertig? Ja. Sehr schön. Kein Platz. Kann ich die Pilze eigentlich rösten? Nö. Aber wir könnten die... Mal essen. Einfach um es... gegessen zu haben. Also... Okay. Die Folge ist jetzt wahrscheinlich ein wenig kürzer. Aber ich werde an dieser Stelle beenden. Mich schlau machen. Und dann können wir hoffentlich endlich das Update genießen. Oh! Paranuss-Schale plus... Dann lag ich mit meiner Scha... Das ist ja geil. Kurz vor Schluss noch herausgefunden. Stock, Pinsel. Ja, aber das habe ich doch versucht. Was meinen die... Stock, Seil? Aber das habe ich doch versucht. Oh, ist das süß. Herstellen. Oh, das habe ich doch für... Oder sag bloß, ich sollte das erst freischalten. Wollt ihr mich veräppeln? Aber, oh mein Gott, ist das cool. Bäh. Okay, nicht beim Messerhalter. Okay, dann tun wir halt den Speer raus. Den brauche ich eh nicht so oft. Oh. Mein. Gott. Okay. Ich brauche Paranüsse. Beim nächsten Mal. Danke an dieser Stelle fürs Zugehörer. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder beim Stream. Ich bin der Wochenende Live. Link dir zur Beschreibung. Jetzt können wir bunt werden. Und andere Sachen machen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und bye, bye.